Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Weiter geht es mit Desktop-Wichteln. Vier Wochen, vier ungewöhnliche Desktops, wobei es ja doch ein paar mehr sind, also zwei mehr. Heute kommen wir zu... dritte Woche, zu Luminar. Mal schauen, was das so ist. Also es wirbt damit, dass es leichtgewichtig und schnell ist und hochgradig konfigurierbar. Aber gucken wir uns mal an, wie bei den anderen Folgen. Ich habe mir das vorher nicht angeguckt, also von daher, ich packe das jetzt mit euch zusammen aus. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht ist da was Tolles drin oder es wird so ein bisschen Richtung Schrott wichteln, wo... ja, also so wie es letzte Woche schon so ein bisschen war. Mal gucken. Wie auch die letzten Male fange ich wiederum an mit einem Sparky Linux 8. Mal gucken, ob wir dieses Mal durchkommen. In der letzten Folge brauchte ich ja das ältere Sparky Linux, was nicht Rolling Release ist, sondern stabil ist, damit ich überhaupt diesen UQI Desktop zum Laufen gekriegt habe. Aber ich probiere es erstmal hier. Mal schauen, wie das geht. Ich befinde mich erstmal unter XFCE, um einmal wieder Aptus App Center zu öffnen und einfach einen Desktop nachzuinstallieren. Dazu gehen wir wiederum auf Desktops und suchen uns einen schönen Desktop aus. Heute soll das Lumina sein. Und genau, draufklicken. Geht das Fenster zu, dann dauert es ein bisschen. Und dann haben wir auch dieses Fenster, wo der Sparky Desktop Lumina wirklich installiert werden kann. Da stehen hier noch die Abhängigkeiten, also Pakete, die mit dazu installiert werden. Und ich sage hier installieren. Ansonsten geht es nämlich nicht. Dann wiederum, wie gehabt, im Hintergrund öffnet sich ein neues Fenster, was die Installation durchführt. Ja, und hier werde ich nochmal gefragt, wie das ist, ob ich das jetzt wirklich möchte. Natürlich möchte ich das, sonst geht es nämlich nicht weiter. Kennt ihr das auch, wenn es zwischen euren Geweihen so ein bisschen juckt? Und schon ist es fertig. Dann gehe ich hier auf Beenden und hier auf Exit und dann hier unten einmal hin, einmal da hin und abmelden. Und jetzt kann ich mir hier oben, genau, einen neuen Desktop aussuchen, nämlich Lumina und gebe meinen Benutzer an und das Passwort dazu. Und ja, es funktioniert schon mal. Also das ist schon mal besser als UkuI, wo das nämlich nicht ging. Ja, das sieht insgesamt ja so ein bisschen spartanisch aus. Also wir haben hier, ja gut, Netzwerk wurde hergestellt, das ist gut. Wir haben hier unser Home, verzeihen, das denke ich mal, Einsicht. Okay, Einsicht. Mit dem Programm... Okay, also das hier, also ich habe jetzt intuitiv die Mitte genommen, weil ich meine, das macht es wahrscheinlich groß und klein. Das tut es wirklich. Das hier macht es wahrscheinlich klein. Da, okay. Nö, ich meine jetzt keine Updates. Nein. Und wahrscheinlich schwarz schließt es. Okay, gut. Also da habe ich hier eine sehr spezielle Anwendung, die Einsicht heißt. Hm. Also letztendlich ist das so ein kleiner Dateimanager und... Gucken. Rechts drauf klicken und dann kann ich... Auswahl kopieren. Nee, kann ich nicht. Mediatest Home. Also mein Home, verzeihen, ist da müsste ich doch eigentlich was machen können. Genau, da kann ich jetzt sagen, hier Auswahl kopieren. Und Auswahl... Also mal einfügen. Und... Okay, gut. Das benennt mir das automatisch um, weil ich schon ein verzeihendes Vorlagen habe. Also heißt das nächste jetzt Vorlagen minus eins. Ja, und über Rechtsklick habe ich verschiedene weitere Optionen. F2 auch zum Umbenennen und... Ja... Archivieren. Achso, dann kann ich gleich eine Archivdatei damit erstellen lassen. Und... Und... Dateien ansehen. Prüfungsummeigenschaften. Was sagt es mir denn hier? Also ich habe hier ein Verzeichnis. Und da kann ich lesen und schreiben. Und... Da kann ich wahrscheinlich... Also hier kann ich jetzt irgendwie Tastaturkürzel angeben, kann einen Namen vergeben, ein Kommentar, ein Buffet, ein Arbeitsverzeichnis und... Obwohl... Tastaturkürzel, Symbol... Tastaturkürzel, ein Terminal ausführen, das verwirrt mich jetzt leicht. Wenn ich jetzt mal gucke, wenn ich hier irgendwo eine Datei finde... Finde ich nicht. Dann, wenn ich mir hier einfach eine neue anlege, also Rechtsklick, erstellen. Also das mache ich eher intuitiv, weil das woanders auch so ist. Datei, Test.sh... Lege ich einfach mal so ein Skript an und jetzt kann ich sagen hier... Open... Achso. Okay. Womit ich das öffnen möchte. Und dann habe ich hier eine Liste mit verschiedenen Programmen, mit denen ich das öffnen kann. Eigentlich suche ich ja was ganz Einfaches. ähm, 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 Multimedia, Netzwerk, Büro... Also LibreOffice will ich eigentlich nicht dafür nehmen. Einstellungen auch nicht. System. Ach, das geht noch weit... Achso, hatte ich ja, glaube ich, schon. Mauspad, okay, gut, Mauspad. Damit möchte ich es einmal öffnen und dann rote bin bash und dann Echo, Lala, nach TMP, nö, TMP, mu, hu. So. Damit habe ich jetzt ein kleines Skript geschrieben, was Lala in eine Datei, die TMP mu heißt, schreiben soll, wenn ich es ausführe. Mal gucken, kann ich das hier ändern, wenn ich, 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 ähm... Erstellen, starten... Eigentlich möchte ich jetzt sowas wie... Dateirechte ändern, aber... Archivieren... Starten... Starten... Ja, starten... Ähm... Ja, theoretisch ja, aber... Nö, das hat so nicht funktioniert. Hm, schade eigentlich. Also, wo ich so eine Ansicht hatte für die Zugriffsrechte auf dem Verzeichnis, hätte ich jetzt einfach gedacht, dass es sowas auch gibt für Dateien und dass ich da auch was ändern kann. Denn, dass das ja mein eigenes Verzeichnis, da müsste ich die Rechte da auch wirklich ändern können. Aber... Das gibt's doch nicht. Schade. Ja, äh... Gucken wir nochmal, was wir hier drin haben. Also, wir haben LX Terminal. Da. Und bloß damit wir jetzt einmal sehen, dass es wirklich funktioniert. Also, für mich ist es ein bisschen duster, das dunkelblau auf schwarz, aber das soll so sein, denke ich mal. So. Und haben wir jetzt... Genau. Also, das Skript prinzipiell funktioniert soweit, bloß es wurde nicht ausgeführt. Dann haben wir hier... Das ist LX Terminal vom LXDE Projekt. Also, das ist jetzt nicht unbedingt was Spezielles von Lumina. Ich bin hier immer so ein bisschen auf der Suche nach Programmen und Einstellmöglichkeiten, die sehr spezifisch für den einzelnen Desktop sind und nicht quasi so durchgereicht werden von einem Desktop zum nächsten. Also, wenn es jetzt das LX Terminal ist, dann finde ich das jetzt nicht so wirklich spannend. Mal gucken, was es bei Einstellungen gibt. Da gibt es... Da gibt es... Hm. Da kann ich mir Sprache aussuchen. Zwischen den Arbeitsbereichen. Also, virtuelle Desktops hin- und herschalten. Lautstärke. Konfiguriere Desktop. Okay, gut. Gut. Das war hier was, womit Lumina geworben hat, dass man das sehr gut einstellen kann. Und dann gucken wir mal durch, was es da so gibt. Da haben wir alle schwebenden Bedienfelder und ihre Anzeigen ändern. Ist hier eine Option, die man nicht sieht? Und... Ach, okay, gut. Also, jetzt ist es auch optisch sichtbar, ne? Also, ich hatte mich gewundert, ob hier im weißen Bereich irgendwie versteckte Optionen sind, was ja irgendwie sehr ungewöhnlich gewesen wäre. Aber nein, die Auswahl geht bis dahinten. Okay, gut. Fangen wir also mal oben an. Also, das hier ist was, was Lumina spezifisch sein sollte. Achso, jetzt wissen wir auch, wie dieser Datein-Manager heißt. Heißt, Lumina FM und Webbrowser, E-Mail-Programm und virtuelles Terminal sind nicht vorbelegt. Da kann ich jetzt was aussuchen. Und dann... Browser, da hab ich... Ich glaube, Firefox ist mit bei. Und E-Mail-Programm, da haben wir doch den Donnervogel. Dann wäre es jedenfalls grundlegend einmal belegt. Falls man eine URL irgendwo anklickt, dann wird sich vielleicht der Firefox öffnen. und vielleicht so ein Mail-Tour-Doppelpunkt, URL-Gedöns, was eine E-Mail-Adresse nimmt und dass man da was hinschicken kann, das könnte das jetzt sein, dass das darauf reagiert. Dann haben wir hier noch Dateitypen, was, wo, mit, obwohl, ach ne, erst mal wie die Verknüpfung ist, also eine Endung, die, was haben wir denn, mal irgendwas bekannteres, EPUB, also ein elektronisches Buch zum Beispiel, oder GZIP, ein GZIP-Archiv, dass das schon mal richtig zugeordnet ist, aber Anwendungen hier in der Mitte sind überhaupt noch nicht festgelegt. Ich glaube, bei jetzt nichts hier. Mal gucken, Audio vielleicht nochmal. Also die Dateitypen sind soweit bekannt, aber man müsste jetzt pro Stück irgendwie festlegen, womit das zu öffnen ist, also nämlich mal das hier, das gab ja so ein Archiv, oder, da, jetzt habe ich es, Luminar Archiver, Luminar Archiver, nehmen wir den mal, und dann ist es damit festgelegt, womit eine Datei, die mit GZ aufhört, ein GZIP-Archiv ist, geöffnet werden soll. Eben mit dem Luminar Archiver, oder so. Ja, zurück zu den Einstellungen, was haben wir noch? Autostart. Dinge, die beim Hochfahren mitgestartet werden sollen, das haben wir in anderen Desktops auch so ähnlich gesehen. Dann Sound Theming, also Pling Plong, wenn ihr das haben wollt, ist netterweise aus. Okay, finde ich gut. Dann Tastenkombinationen. Da können wir verschiedene Tastenkombinationen erstmal ablesen, was schon vordefiniert ist, oder uns selbst was, denke ich, hier, achso, genau, da kann ich jetzt was anderes mir aussuchen, und dann habe ich eine andere Tastenkombination für DS, ENS und welches. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie, Benutzereinstellung und allgemeine Optionen. Ja, ob die Nummernblock-Taste beim Systemstart aktiviert werden soll, Glockenspiel beim Systemstart wiedergeben, nein, bitte nicht, Glockenspiel, nein, Anwendungsabsturz-Daten anzeigen, ja, warum nicht, Disable Startup-Quotes, vielleicht kommt dann sowas wie, hallo, willkommen, und schön, dass du das erste Mal Lumina-Desktop verwendest, das ist ein toller Desktop, vielleicht kommt sowas dann, also es ist ja auch nicht übersetzt, vielleicht wusste der Übersetzer auch damit nichts anzufangen, reine Mutmaßung. Dann, als nächstes, Lokalisierung, da kann man Sprachen einstellen, also das hat ja eigentlich schon ganz gut funktioniert, das haben wir in anderen Deskops schon mal schlechter gesehen, Systemstandard scheint zu funktionieren, ansonsten kann ich das ja auch nochmal irgendwie anders festlegen, also das sieht schon mal relativ deutsch aus, bis auf so ein paar Punkte, wo es nicht übersetzt ist, aber das macht auch nichts. Dann, Erscheinungsbild und Fenstereffekte, okay, gut, also da hat man jetzt so einen kleinen Texteditor und kann Dinge einstellen, Shadow, Shadow Radius, haben wir hier einen Schatten? Also ich sehe jetzt, oder, obwohl, das ist da unten vielleicht? Also ich sehe das auch gerade nicht so gut, das Licht in meinem Gesicht ist so ein bisschen stark, also von daher seht ihr es wahrscheinlich besser als ich. So, mal gucken, mir als kaputt machen kann ich es ja nicht, ne? Machen wir mal so, speichern und, ähm, also deaktivieren, speichern, vielleicht einmal so. Obwohl, hat sich da unten vielleicht ein bisschen was geändert? Radius, nehmen wir mal, nehmen wir mal, nehmen wir mal was richtig Großes. Ne, also das sieht nicht so aus. Müsste ich wirklich einmal neu starten? Ja, also man kann ja Dinge ändern, wenn man es denn wollte. Und, achso, Menü-Durchsichtigkeit? Hm, da haben wir, also ich würde sagen, es ist 90%, also es ist fast undurchsichtig, also 10% kann man durchgucken, also gut wie gar nicht. Ja, vielleicht muss man das wirklich einmal neu starten, aber das war ja vordefiniert und das ja auch. Und, ja, damit könnt ihr auch umspielen, wenn ihr darauf Bock habt. Also es gibt eine Menge wiederum einzustellen. Hintergrundbild natürlich genauso. Könnt ihr was, könnt ihr das nehmen, was da ist oder euch irgendwie was anderes aussuchen. Kennt man ja von anderen Desktops genauso. Dann der Fenstermanager, da kann man erstmal angehen, wie viele Arbeitsfläche man haben möchte mit den virtuellen, Platzierung neuer Fenster in einer Reihe ausrichten, Fokussierungsrichtlinien oder, achso, okay, das ist der erweiterte Editor, wo man per Hand Parameter ändern kann, also deutlich mehr, als was es hier gibt. Aber hier sollte man natürlich wissen, was man da macht. Ja, vielleicht sieht es einfach nur scheiße aus oder vielleicht geht es auch gar nicht mehr, je nachdem. Also damit kann man eine Menge kaputt machen oder einfach auch bloß hässlich. Dann Thema, da haben wir, wie heißt denn das gut hier, Fusion, dann haben wir noch Windows. Achso, okay, da ändert sich denn, wie diese Icons hier aussehen oder diese Dialog-Elemente oder woraus Dialoge zusammengebaut sind. Also die einzelnen Elemente, Plastik, Motiv, Motiv hatten wir ja bei CDE und NSCDE, da war das ein bisschen eckiger. Genau, da gibt es auch nochmal CDE direkt, GTK 2, Cleanlux. Oh, sieht es jedenfalls ein bisschen anders aus. Dann Palette, Darker, Dusk, Lumina Dusk, Dark, Sand, Simple, Waves. Also die Wellen sind relativ schwarz. Ich muss es ja nicht lahm benutzen. Also von daher lassen wir es mal gelb. Finde ich eigentlich eher hässlich. Aber damit man mal den Unterschied sieht, ist es jetzt gelb. Effekte. Das Doppelklickintervall und Cursor Flash Time. Ja, kann man den anderen auch einstellen. Enable GUI Effects. Da kann man das nochmal einstellen. Menü-Effekt. Also erstmal anmachen. Animate, Fade. Ja, okay. Also wie wahrscheinlich Elemente ein- und ausgeblendet werden sollen. Ob das jetzt Palung oder eher so ein Einblenden sein soll. Mal gucken, geht das jetzt? Ohne Neustart. Das wird immer hässlich, ne? Och, dann lassen wir es mal so. Activate Item on Single Click. Hm. So. Ja. Gut. Fonts kann man auch noch einstellen. Wenn man andere haben möchte. Ach, wo es jetzt doch schon deutlich hässlicher wird. Ach. Machen wir einfach mal so. So. Und was haben wir hier? Ich muss das ja hinterher nicht benutzen. Das ist das Schöne dabei. Von daher kann es auch so richtig hässlich sein. Dann, Icons. Da nehmen wir, ähm, ähm, ähm. Also die unterscheiden sich jetzt hier nicht wirklich viel. Also das sieht alles sehr gleich aus. Das da ist eher schwer zu lesen. Das ist ja auch für ein dunkles Thema gedacht. Das hier ist für ein helles. Und, ach, was weiß ich. Ich nehme mal Tango. Cursor. Die wunderbare Welt der Auswahl. Eins. Hat weiter. Und ich hätte jetzt gedacht, da kann man was anhaken oder nicht. Aber das sieht nicht so aus. Dann, was haben wir hier noch? Ähm, ähm, ähm. Achso, Dinge, die hier wahrscheinlich dazu können. Train. Achso, Enabled. Available. Ja. Also es sind alle aktiv, die, ähm, die vorhanden sind. Ich könnte irgendwas Neues anlegen. Ähm. Und könnte ich jetzt was hier reinschreiben, wenn ich das denn wüsste, wie es gedacht ist. Also da kann man wohl irgendwie neue Elemente hinzufügen. Das kommt mal in Reiswolf. Und wenn ich das jetzt mal disable. Deisable. Enable. Müsste ja auch irgendwie was sein, was man sehen kann. Simple bar. Ja. Ach, ich lasse das so. Also so komplett kaputt machen, wie ich es ja auch nie. Also ich habe ja noch ein paar Minuten. Ah. Dann noch Desktop Styles. Mal gucken, ob wir da noch ein bisschen was anrichten können. Aktiv ist, äh, Glas, ähm, und, ähm, Enable. Okay. Achso. Mhm. Hat sich das gerade eben ein bisschen geändert. Mal gucken. Einmal ganz genau hingucken. Ah ja, genau. Also die, ähm, Umrandung hier, ob die aktiv ist oder nicht, das ändert sich. Also wie sich das verhält, wenn die Maus nicht drüber ist und wenn die Maus drüber ist, das ist ein bisschen anders. Ja, okay, gut. Gut, also das war zum Thema hier, ähm, achso, hätte ich da zurückgekommt? Nochmal Einstellung. Ähm, da. Oh, das sieht gut aus, ne? Das wollt ihr auch haben. Also da waren wir gerade eben und haben ein bisschen Unfug getrieben. Dann haben wir hier Oberflächenkonfiguration, Arbeitsfläche. Eingebettete Dienstprogramme. Mal gucken, habe ich da was? Anwendungsstarter. Notizbuch auswählen. Speichern. Ah, dann habe ich ja unten ein... Kann ich da was ein... Ne, da kann ich... Achso, ich kann es bewegen. Vergrößern, verkleinern. Hm, was ist das da? Textdatei öffnen. Notiz erstellen. So. Mu. Äh, Mu. Achso, okay, gut. Dann kann ich hier das so machen. Also das sind ja wieder diese Klebezettel. Wie habe ich das hier gemacht? Hä? So, wenn ich jetzt ein neues haben möchte. Äh, also ich probiere... Achso, links klick. Notiz erstellen. Mu 2. Okay, und jetzt habe ich hier Mu und Mut... Ah, okay. Also das ist so ein bisschen so wie diese Klebezettel in digital, bloß als Sortierkasten. Also ich habe da nicht viele Klebezettel, sondern ich habe hier so einen Reiter zum Auswählen, um meine Klebezettel hervorzuholen. Und dann kann ich da aufs Eintrag... Also finde ich von der Idee her jetzt gar nicht schlecht. Also macht es auf jeden Fall übersichtlicher, ähm, als diese Klebezettel, wo man dann unten so ein Icon hat und dann das aufklappt und sich da eins aussucht. Wenn es hier so bleibt, brauche ich auch nicht. Also finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Leisten. Da haben wir das Startmenü. Wenn ich das einmal verschiebe... Genau, dann springt das hier rum. Das ist einfach das hier oben. Diese einzelnen Elemente, die hier drin sind, die haben eine Bezeichnung. Und ich kann durch die, ähm, ja, Priorisierung von dem hier sagen, was wohin soll. Also oben ist ganz links. Das da drunter ist, denn rechts davon und so weiter. Also eigentlich so rum, ne? Ja, also kann man einstellen. Dann haben wir hier Liste. Achso, wenn ich keine benutzerdefinierten Farben haben möchte, dann ändert sich das auch. So, und dann kann ich hier... Ach, es wird so... Es ist so... Esslich. Ach, schön. Einfach schön. Ja, dann haben wir hier, wo wir das Ganze hinhaben wollen, Größe, Breit. Aber eigentlich ist es doch nicht die Breite, sondern die Höhe. Hm. Kante oben, Ausrichtung Mitte. Wenn ich jetzt sage, unten, schwupp. Ja, das erinnert schon so ein bisschen eklig an XP, ne? Mit grün hier und so irgendwie blau und... Ja, also man kann sich das so richtig kuschelig schön hier machen. Dann kann man natürlich auch noch das Menü hier einstellen, indem man Dinge dort tut. Da haben wir im Menü, ist jetzt unten, Konsole, Plugins für das Kontextmenü. Das ist das hier. Trennlinie. So, und wenn ich jetzt dann nochmal, bloß damit ich weiß, ob ich es gefunden habe, Trennelement, nicht Trennlinie, Trennelement. So, und jetzt möchte ich das... Machen wir da mal einen. Speichern. Rechts klicken. Und jetzt habe ich eine Trennlinie. Ja. Also, das kann man auch noch ändern. Also, das habe ich, oder? Habe ich das so schon mal irgendwo gesehen? Also, dass man dieses Kontextmenü hier relativ einfach anpassen kann, glaube ich, habe ich woanders so noch nicht gesehen. Aber das sagt ja nicht viel. Dann haben wir hier Systemeinstellungen, ganz einen Block dazu. Da wird eine Menge redundantes Zeugs bei sein, was wir woanders schon mal gesehen haben. Also, das hier kommt mir auch irgendwie grob bekannt vor. Aber mal gucken, der... Da haben die auch diesen Druckerdialog wieder. MMMMM. Nö. Den sehe ich jetzt gar nicht. Ach doch. Da. Gucken. Ist das wieder das von Red Hat von... Genau. 2012. Also, viele Sachen davon sind einfach wiederum nicht Luminar-spezifisch. Also, die sind generisch für verschiedene Desktops. So wie das hier. Das ist einfach der Network Manager. Mit der grafischen Oberfläche. Hundertmal gesehen irgendwo. Also, von daher, das ist jetzt nichts Luminar-spezifisches. Dann können wir hier den Light-DM- bzw. GTK-Plus-Anmeldebildschirm konfigurieren. Das sieht von der Optik her auch aus, wie hier nicht zu Luminar direkt dazugehörig. Dann das hier. Das Luminar ist schon im Namen drin. Und da haben wir wiederum diese Möglichkeiten, um das einzustellen. Das haben wir aber schon gesehen. Dann... Achso. Okay. Ich darf es nicht zu machen. Ob ich mir das bis zum Rest der Folge noch merke? Ich glaube ja nicht. Auch egal. Persönliche Informationen. Was haben wir da? Da können wir was einstellen. Ja. Private Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geschäftstelefon, Fax. Ja. Also, hier kann man jetzt keinen neuen Benutzer anlegen. Das haben wir woanders gehabt. Da konnte man neue Benutzer anlegen. Und dort konnte man mit Root-Rechten sogar ein Administrator-Konto anrichten. Das geht hier nicht. Also, hier kann man bloß für sich selbst... Mal gucken. Geht das? Anwenden? Okay. Ja. Ja. Gucken. Und... Ja. Also, es wird irgendwo gespeichert. Qt-5-Einstellungen. Äh, nee. Ist jetzt nun auch nicht hier spezifisch für Wechseldatenträger und Medieneinstellungen. Nee, das ist auch... Hast du gehört denn? Das ist das XFCE? Oder LXDE oder irgendwas davon? Also, das kommt mir sehr bekannt vor. Das haben wir schon mal irgendwo gehabt. Äh, genauso wie X-Screen-Saver-Settings. Also, das ist ja auch nicht spezifisch. Dann... Dateiverwaltung-Einstellungen. Das ist jetzt der... Also, nicht der Luminar-FM, sondern, das hier sieht auch wieder nach XFCE aus. Das hat eine Luminar-Screen-Configuration. Okay, gut. Da haben wir hier die Möglichkeit, den Bildschirm oder wenn wir mehrere hätten, zu konfigurieren und zu sagen, was für eine Auflösung der hat, wie der rotiert werden soll. Also, wenn er irgendwie auf der Seite ist oder sowas. Dann können wir das hier rüber konfigurieren. Add-Screen können wir nicht machen. Keine vorhanden im Moment. Dann, Onboard-Einstellungen. Das ist eine virtuelle Bildschirm-Tastatur. Pulse-Audio-Launche. Ja, Synaptik. XFCE-Terminal-Einstellung und YAD-Konfiguration. Was haben wir da? Ah, das gehört doch auch zum anderen. Also, so rein an der Optik gehört das zu einer anderen Desktop-Umgebung. So, mal gucken. Haben wir noch irgendwas? Ich möchte eigentlich nicht tippen. Ich möchte eigentlich... Was ist das? Lehren? Eigentlich hätte ich gerne so eine Liste mit verschiedenen Anwendungen. Programme durchsuchen. Okay, ich muss erst mal auf Programme durchsuchen gehen. Lumina Text-Editor. Den gibt es. Der sieht auch wirklich so aus, als ob er zu Lumina gehört. Farben. Ja. Also, das ist ein Text-Editor. Kann er Dinge speichern. Datei speichern. Test. Schupp. Genau. Und jetzt habe ich eine neue Datei. Test. Und ich kann mir ja sogar aussuchen, mit welcher Schrift das angezeigt werden soll. Ja. Also, ein Text-Editor. Für reine Text-Dateien. Dann Programme durchsuchen. Und... Dann haben wir hier... Ich gucke nach Dingen, wo Lumina drinsteht. Lumina Image Viewer. Ja, und das sieht... Also, das wirkt für mich jetzt so ein bisschen wie Eye of GNOME. Oder Eye of Mate oder so. Bloß mit... Ja, mit anderer Optik. So, mal gucken. In den USA. Ja. Da gibt es ja vielleicht... Ach, was suche ich eigentlich? Backgrounds. Vielleicht so ein. Ja, also man kann damit sich Bilder angucken. Wenn man jetzt mehrere hätte, könnte man auch vor und zurück gehen. Und mit Plus und Minus wird es größer, kleiner. Mit 1 wird es auf... Auf Normal Zoom. Also, ein Pixel im Bild wird auf ein Pixel in der Oberfläche oder auf den Monitor übertragen. Also, 1 zu 1, denke ich mal. Wenn es wahrscheinlich passt. Fit to Window. Okay, dann wird es ein bisschen kleiner. Okay, gut. Also, ein einfaches Programm, um Bilder anzugucken. Nächster Durchlauf. Dann haben wir hier Luminar Screenshot. Wie der Name sagt, kann man damit Bildschirmfotos machen. Und... Ach so. Ah, auch gleichzeitig noch reinzoomen. Einstellungen. Genau, also wie lange es dauern soll, bis das Screenshot aufgenommen wird. Also, das Bildschirmfoto gemacht wird. Also, sowas ist ganz praktisch. Dann stellt man einen so 5 Sekunden. Dann ruckelt man alles zurecht. Und dann macht es erst automatisch ein Foto. Das ist wie der Selbstauslöser bei Kameras. Und dann kann man noch einzelne Bildschirme auswählen. Und einzelne Fenster, Bereich auswählen usw. und so fort. Joa, also, ja. Sowas, was es bei anderen Desktops auch gibt. Mal in mehr oder weniger kompliziert. Aber hier ist es auch drin. Hätte ich jetzt so eigentlich nicht vermutet, dass es sowas gibt. So, nächste Runde. Dann haben wir... Wo ist noch? Luminar. Luminar Media Player. Damit kann man... Wahrscheinlich... Mediendateien abspielen. Und da kann man... Alle. Mal gucken. Wie schmeckt dir meine... Best-Datei? So mäßig, ne? Ähm... Mal gucken. Haben wir noch was? Irgendwas, was schon da ist? USR, Share, Background. Könnte ich alle nehmen? Okay, gut. So, spiele mir. Okay, mach das so eine Diashow. Aber das Ganze auch so schnell, dass man eigentlich wenig davon hat. Also, es ist wahrscheinlich... Was hat da noch? Ach so, Zufalls. Und wieder hinten anfangen. Also, es ist wahrscheinlich wirklich für andere Mediendateien gedacht. Also, wie Audio- und Videodateien, die ein bisschen länger sind und nicht bloß einmal kurz hier angezeigt werden und dann, ja, ist es weg. Also, so eine Option, um Diashows mitzumachen, wo man angeben kann, zeige das Bild fünf Sekunden an. Dann macht eine Überblendung von einer Sekunde aufs nächste Bild. Ja, gut. Gibt es woanders, ne? Also, dafür ist es wahrscheinlich nicht gedacht. Und es kann dennoch Bilder anzeigen. So. Und da haben wir noch was, was mit Lumina anfängt. Ach so, den hier. Obwohl, den hatten wir einmal kurz gesehen. Oder nee, doch nicht, ne? Bon. Lumina Archiver. Mal gucken, was kann man machen. Also, man kann Tar-Archive mit verschiedenen Kompressionen anlegen. Wir können auch CPIO und PAX AR kenne ich wiederum. Char Zip 7zip Genau. Also, damit kann man Archive anlegen. Mu.ta .xz So, und jetzt kann ich wahrscheinlich ich vermute es einfach mal wenn ich jetzt hier draufgehe. Da habe ich den Dateimanager. Das ist ein bisschen kleiner, wenn es geht. So, wenn ich dort äh, 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 da wollte ich. wenn ich da jetzt meinen äh, 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 so. so, ah, okay, also hier muss ich direkt, also nicht drag and drop oder so, ich bin ja sowieso kein Fan davon, aber ich hätte jetzt intuitiv gedacht, dass man es so machen soll. Also, Verzeichnis hinzufügen und wenn ich jetzt mein ganzes Home-Verzeichnis nehme, ähm, da, da, oh, 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 und jetzt extrahieren hm, also, ich hätte jetzt gedacht, dass hier so eine Liste kommt mit Dingen, die ich hinzugefügt habe und da war noch mal was anderes, also ich habe jetzt ein neues Archiv 4 mir ausgedacht vom Namen her und wenn ich jetzt nochmal eine Datei, also ich hätte jetzt gedacht, dass das hier auftauchen müsste und dass ich dann irgendwann sage, so, jetzt pack mir das, also jetzt habe ich mir das zusammengestellt, jetzt mach das mal, aber ähm hm also das ist eine Anwendung, die mich jetzt irgendwie überfordert hat, vielleicht über sich irgendwas ganz wichtiges und offensichtlich ist, also so, so kann ich nicht arbeiten, okay, darum beende ich das jetzt mal hier und schaue noch einmal rein, ob es noch was anderes gibt, wir waren ja schon ziemlich weit am Ende, hier haben wir noch Luminar File Information, achso, das haben wir schon mal gesehen, aber, ja, open file, gucken wir mal, was sagt es hier, es ist, es sagt, es ist ein Shell Script, gehört mir, meiner Gruppe, lesen, schreiben, ja, so, wo waren wir, Luminar Search, was können wir denn damit machen, eingeben, um zu suchen, und wenn ich jetzt einfach Test nehme, müsste es ja eigentlich eine Menge geben, Element starten und wenn ich ach, ne, ähm hm ach, so, ach, hier Anwendung, ja, genau, man muss auch lesen können, Dateien und Verzeichnisse, genau und wenn ich das jetzt so mache, wird geguckt, der Anfang ist, äh, richtig und wenn ich jetzt mal so mache, auch, also irgendwo muss dieser Text auftauchen, damit das passt und wenn ich jetzt mal sowas mache, dann sucht es nach Dateienamen, das wird das hier sein, aber nicht nach Inhalt, mal gucken, können wir das hier noch machen, Suche starten, von da aus, okay, gut, also es wird auch bloß mal ein Heimatverzeichnis durchsucht, nach Dateienamen, die einem Muster gehorchen, also, wo irgendwo im Dateienamen jetzt das Wort mu vorkommt, und wenn ich jetzt sage hier nur U, dann kommt mu node raus und mu 2 node, ja, hm, das war es dann auch für dieses Mal mit dem Luminar Desktop, und, äh, ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt wiederum was dazugelernt, ich hab wiederum was dazugelernt, ähm, unter anderem, dass ich Luminar selbst nicht benutzen möchte, aber das ist euch natürlich überlassen, ob ihr das probieren möchtet oder nicht, und wenn ihr es ausprobieren möchtet, dann könnt ihr zum Beispiel ein Sparky Linux 8 nehmen und das so installieren, wie ich das gemacht habe, und dann könnt ihr mit diesen Einstellungen rumstellen und das vielleicht auch ein bisschen hübscher hinkriegen, als was ich da so verhunzt habe. Ansonsten macht es nach, macht es nicht nach, abonnieren, ähm, Glocke drücken und, äh, bis dann, und tschüss. Musik